Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen anderen Unboxing auf diesem Kanal. Heute geht es um den Steven und er ist einer der ersten, der den neuen Prozentsatz bekommt von 65%. Und ich habe immer notiert mit Video, weil einige es ohne Video wollen, beziehungsweise manche sagen auch, mach einfach dein Ding, Jens, du wirst da schon einen guten Preis rausholen. Und das erspart mir sehr viel Arbeit. Danke an die Leute, die nicht unbedingt ein Video dazu brauchen, die einfach nur ihre Karten verkaufen wollen, weil es sind einige angekommen hier. Ich schwenke hier mal so rüber, seitdem ich gesagt habe, ich zahle mehr, kommt natürlich auch mehr rein. Und deswegen ein größerer Zeitaufwand. So, altes Zeug, Nostalgie, Part 1. Ach, er hat sogar gestaffelt, neues Zeug, Cummins, Rest. Okay, gut, das gucke ich mir mal an und dann sehen wir uns gleich am Tisch zur Videobewertung. Steven, das sind deine Karten. Danke für die Einsendung, viel Spaß bei der Bewertung. Jetzt bin ich hier bei dem Steven am Tisch. 1700 Cum, 17,200 Euro Rares, habe ich schon vorher rausgefiltert. Und das ist so der Rest, den wir uns noch angucken können. Dann fangen wir doch mal an bei den Super Rares. Wie gesagt, jetzt sind wir hier bei 56% Ankaufwert im November. Und gucken wir doch mal DCR, ich glaube, für eine alte Holo im guten Zustand geht ein bisschen was. Der weiß ich gar nicht, der hatte jetzt halt Reprints, dieses Lulis Pack. Aber viele alte dabei. Ich glaube, den Mantico kriegt man für einen Euro los. Ich glaube, der geht auch noch was, aber der ist nicht so im guten Zustand, ist eher so im guten Zustand. Oh, hier haben wir eine CP-Holo, aber ich glaube, die ist auch nicht so teuer. Die dafür kriegt man Euro. Das war ja mal eine Side-Deck-Karte im Negros-Format. Dafür kriegt man Euro. Dann haben wir hier SHVA, ein bisschen was. Aber ich glaube, naja gut, so die Spielwaren-Sachen können wir euch mal mit 50 Cent bewerten. Die kriegt man sicher öfters los. DR3 DDV, nehmen wir auch mal mit rein. War ein langer Montag. Ich muss gucken, dass ich hier nicht zu viele Fehler mache. Ansonsten bin ich immer wieder erfreut, wie viele von euch mitmachen und helfen wollen. Ich glaube, das Dorf kriegt man zur Zeit für 2 Euro los. Das Bamboa Schwert ist eigentlich auch ziemlich cool. Also ein aktiver Spieler, das sieben hier auf jeden Fall. Hat einige schöne Sachen am Start. Da haben wir noch eine Allure. Ich glaube, die kriegt man für 2 Euro los. Aus Dazza. Die vorne, die sind auf 1. Ich glaube, die müssen wir nicht unbedingt mitbewerten. Ansonsten, mal gucken. Viel Bulk. Sofu ist die was. Ich glaube, das ist auch mehr Bulk. Die Poli aus dem Duelist-Pack. Auch der Riepenal kriegt man schon noch 1 Euro für. Eine Spiegelkraft können wir rauspacken. Red Reboot kriegt man 1 Euro für. Oder mittlerweile schon 2. Da war der Markt jetzt auch kleiner geworden. Noch eine Spiegelkraft. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Das ist gerade mal ein Test mit dem Mikro. Ich glaube, die gehen 1 Euro ins Hyper-Roll. Weil es die letzten Male doch ziemlich blöd sich immer angehört. Hier die ganzen Palios. Auch wenn manche nicht davon gebraucht werden. Und manche, ich packe es nochmal auf 50 Cent. Ne, ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich habe das Mikro mal ein bisschen weiter weg gemacht. Weil das hat die letzten Male so, wenn ich hier am Tisch saß, ziemlich dolle geknistert und gerauscht. Und diesmal habe ich es ein bisschen weiter weg gemacht. Mal gucken, ob das dann klappt mit der Einstellung. Nicht, dass es zu weit weg ist. Da muss ich hier noch ein bisschen Tüfte entfangen, dass das gut läuft. Underclock-Taker, da kriegt man 1 Euro für. Ein Superware. Und der Rest ist aber alles nicht so. Akshake, ich glaube, die können wir auch mal rauspacken. So ein Phönix geht mittlerweile seine 2. So ein Unterschied, Suku geht, glaube ich, auch schon an 1 Euro. Noch ein Phönix. Und ein Servos, der ist nicht ganz so teuer. Ein Hayate, packen wir auch mal raus. Ah, der hat es auf jeden Fall schön nach Farbe sortiert. Das gefällt mir schon mal. Ja, so ein Shambara, packen wir raus. Upsala. Ach, da war ich gierig. Zu viel in der Hand genommen. Die schöne Ordnung dahin. Ich glaube, die geht 2. Die Kugeln gehen so um die 3. Na, da müssen wir den rauspacken. Ich glaube, packen wir den mal raus. Mecaba können wir auch rauspacken. Ich glaube, die kriegt man für 1 Euro los. Tja, es sind einige Sammlungen jetzt hier in letzter Zeit reingekommen. Die ganzen Blue-Eyes Sachen würde ich auch mal rauspacken. Jetzt habe ich den größten Teil durchgearbeitet, durchsortiert, vorsortiert für die ganzen Videos. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das nach und nach schaffe. Die sind glaube ich auch noch interessant. Wir starten ja gerade Ebay, da kann man das bestimmt gut verwerten. Die ganzen Inletar-Herrscher, die sind nichts wert mit dem Preprint. So, wir haben noch mehr Super-Res. Gucken wir mal, was hier noch Schönes dabei ist. Ein Gold-Akler ist gut. Noch einer. Ich glaube, den Hanso packen wir auch mal raus. Mega los. Naja, aber die anderen beiden braucht man nicht unbedingt rauspacken. Hier ist ein Megalo. Ups. Na, ich habe die sich nicht umdrehen lassen. Zack, nur Rainer. Hanso. Damit wir mal so ein bisschen neues Zeug hier auch mitbewerten. Ne, Strike muss man nicht bewerten. Tja, ansonsten Regionals in Halle sind vorbei. War ein voller Erfolg. Wir hatten 89 Spieler. Das war mir als gedacht. Ich glaube, die geht so 2D-Dupli oder Invocation geht auch. Ne, es geht glaube ich ein bisschen mehr. Dann sind wir mit den Super-Res fertig. Habe ich noch die restlichen Re-Res rausgefiltert, wo ich der Meinung war, die können wir ruhig mal uns betrachten. Was hier so alles 50 Cent geht, obwohl das geht glaube ich sogar in Euro. Die Sherry geht in Euro. Der Pro geht glaube ich sogar K2 durch das Dark FTK. So, in Cummins habe ich dann noch so ein bisschen was rausgepackt, wo ich dachte, das ist das wertvollste, das brauchbarste. Aber das müsste man nicht so teuer einrechnen, denke ich mal. Das lege ich jetzt mal auf 20 Cent. Ich wollte es nur zeigen, dass es halt nicht nur Crab Cummins waren, sondern dass da auch ein paar Sachen dabei waren, die wir noch durchaus bewerten können. Schneeglocke, Klaska, ich glaube das ist alles nicht wirklich viel wert. Die Moral-Tags vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Ansonsten hier ist Meister aus dem neuen Hero-Decks. Ja, das ist alles so. Der Dante, der geht erstaunlicherweise 3 Euro. In Cummins jetzt sogar auch schon. Was ich ja sonst noch so rausgepackt habe. So ein bisschen das Spielware. Ja, ihr seht hier auch selbst das LED 3. Hier ein bisschen mehr dabei. Aber da gehen die Cummins alle durchaus nicht viel. Aber ich wollte sie trotzdem mit rauspacken, weil es halt ganz cool. Wearing Ice sind glaube ich ein bisschen teurer zur Zeit. Instant Fusion kriegt man mal für einen Euro los. Oder für 50 Cent die neuere Variante. Die sind noch ganz cool. Die E's packen wir mal so raus. Genau. Und der Rest alles auf den 20 Cent Haufen. So, erstmal hier wieder ein bisschen was ordnen. So, jetzt fällt mir das alles um. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt noch so? Secret sehe ich hier. Secret Wars. Nen Topologic Bomber Dragon. Geht meiner Meinung nach immer noch so 4. Nen Gyoso ist eher so bei 2 Euro. vom Reeprint her einzuschätzen. Der Sizo. Oh Gott, da habe ich gar nicht geguckt, was der wert ist. Aber so teuer kann ja gar nichts sein, oder? Das müsst ihr mir gleich mal in den Kommentaren echt erklären. Ich lege den jetzt einfach auch mal auf 3 Euro. Weil ich der Meinung war, der war nicht ganz so teuer. Aber ansonsten Entschuldigung, Steven. Das wird berichtigt. Ja, was haben wir noch so hier. Den können wir vielleicht mal rauspacken. Die Winders sind vielleicht noch ganz cool. Der ist noch ganz cool. Inspector Border. Aber aus dem Reeprint, aus der MP18. Geht glaube ich noch so 2. Dann haben wir hier ein paar Götter. CT13, ja die gehen alle so in Euro. Die dann auch. Den INSI aus der BLR. Ich glaube auch nicht viel mehr. Das ist so eine schöne Ebay Karte. Hier haben wir nochmal die Ancient Cloaks. Den Secretwerk kriegt man ein bisschen mehr dafür. Und die Silent Boots packen auch mal raus. Ja, wir sind noch irgendwas dabei. Fällt euch was auf? Hab ich eine Quandax? Das ist ja viel wert. Aber den braucht man ja eigentlich auch erst, wenn der Nidl Fire zu uns kommt. Wenn wir den dann überhaupt noch brauchen. Also vielleicht ist dann die Zeit auch abgelaufen. Es gibt bessere Alternativen. Den Alistar können wir rauspacken. Hier haben wir noch eine Ice Clock und Secretware. Die haben sie jetzt auch öfters reprintet, als es notwendig war. Eine Hate Unate. Ja komm, die packen wir auch mal raus. Union Hanger. Ja, ihr seht es. Also vieles neues Zeug. Eine Navigation. So, das war es mit den Sequels. Dann kommen wir jetzt zur SOI. Also diesen zweiten Götterkarten. Was sind denn die zur Zeit wieder wert? Also vom Zustand her sehen sie nicht so pralle aus. Ich sage mal 3 Euro das Stück. Aber vielleicht geht der Uri ja auch 20. Ich glaube der in Ultimate wird teuer. Aber der in Ultra, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so mehr Good oder Excellent Zustand. Der Doomfire ist glaube ich was wert. Dann haben wir hier noch eine Dark Revelation 2 Karte. Ist auch ganz cool. Der Strike Ninja hat zu viele Reprints. Muss man auch nicht mehr drüber reden. Die Dancer, ich glaube die waren zuletzt bei 8. Wie ich es richtig im Kopf habe. Hier noch so ein paar alte Sachen. So ein Megawandler. SL ist ganz cool. Dark Revelation 2 packbar. Das alles macht es auch 2. Aber das sind ja eigentlich ganz coole Sachen. Die alten. In Judgment, MRD im guten Zustand. Aber wahrscheinlich ich hätte jetzt aus dem Reprint aus der LC01 gezogen. Warte ich mal jetzt so bei 6 Euro einrechnen. Noch eine Nightmare. Was ist das denn? Aus Sofone Ultra. Ach das sind jetzt hier die ganzen aus dem Deck. Die Sachen. Ich glaube da ist auch nichts wirklich tolles dabei. Der Rongo. Der geht gerade 50 Cent. Der wird öfters gekauft. Der Phantom Knight vielleicht auch noch. Der Busca können wir rauspacken. Oh hier. Enough. Ultra. Ich glaube der. Ging auch für seine 3-4 Euro. Oder vielleicht geht der mittlerweile auch mehr. Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Das ist ja so eine Sammlersache. Vielleicht übersehe ich jetzt wieder was. Das ist natürlich keine Absicht. Aber es sind schon wieder tausend verschiedene Karten hier. Das ist unglaublich. Die Reprints von denen. Ja komm. Berechnen muss man mit 50 Cent. Der in Euro. Gut. Danach geht es weiter mit den Ultras. Ganz viel BLR Zeug. Oh Gott. Jetzt die ganzen. Ich glaube der Michion war was wert. Und der Metallion. Den haben sie jetzt gerade immer wieder gebraucht. Aber ansonsten ist da ja nichts Großartiges dabei. Bin ich der Meinung. Und mein Laptop hat heute schon wieder genug. Gut das Weihnachten ist. Da wird sich mal ein neuer geholt. Einer der ein bisschen mehr aushält. Oh hier haben wir noch ein Magiebuch aus der MP18. Ich glaube es gibt noch so zwei. Die Prep, die Pre-Prep können wir rauslegen. Eine Light Stage. Hat man hier schon eine Light Stage dabei? Vorher noch eine. Ja ne. Ja nochmal die Preps. Die waren komischerweise damals immer cool. In einem Booster zusammen. Ein Twister ist ganz cool. Obwohl der auch schon wieder sehr viele Reprints bekommen hat. Aber ist halt immer noch eine sehr gefragte Karte. Ja also ein paar Staples hier dabei. Die Tokens jetzt gerade gesehen. Die kann man auch alle noch irgendwie einrechnen. Die werden gerade richtig oft gekauft. So und dann sind wir schon beim letzten Kram. IT-Mates. Da dürft ihr mir gerne helfen. Das ist der Dark Neos auf Deutsch. Und sieht vom Zustand her so exzellent Nearmint aus. Hinten sieht er auch aus. Ist aber leider nicht First. Geht bestimmt mindestens ein Fünfer. Wenn nicht sogar wieder exorbitant teuer. Dann haben wir hier noch sowas. 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 Der Neft. Das gibt vielleicht ein bisschen mehr. Defensive Taktik vielleicht auch zu zwei. Der vielleicht auch zu zwei. So und dann waren hier noch ganz viele. Die wollte ich euch auch mal zeigen. Kann ich natürlich nicht bewerten. Weil ich glaube die will gar keiner kaufen. Hinweiskarten aus Dark Revelation und Dark Beginning 1 und 2 und so. Hat er mir dazu gegeben. Das sind ein paar Sachen. Und dann hatte ich hier noch WoW Karten. Da bin ich mal gespannt. Die werden wir auch mal listen. Aber ich habe schon geguckt. Das sind alles Cummins. Also alles so 10 Cent Sachen. Da kommen hier ein paar Uncummons oder so. Und eine war glaube ich. Ne nicht mal eine. Ne. Egal. Gut. Und ich rechne auf. Und dann sehen wir mal was hier am Ende bei rum kommt für den Steven. Da bin ich wieder zurück Steven. Also auf dem Tisch lag für 225 Zeug mal 65 Prozent. So bei 146. Plus 23 bulk von hier oben. So bei knapp 170. Das würde ich dir dann so anbieten. Ich hoffe dir gefällt der Preis. Meld dich ruhig mal über Facebook. Und dann bis zum nächsten Opening. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Lasst ein Like oder ein Abo da. Schaut vorbei Market, Ebay zum Verkauf, Ankauf, E-Mail oder Facebook. Und dann war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Jens.